die bandit dinger bandit dinger sind kaputt wenn die das ding aufmachen dann sagt bescheid laufen da rum wenn wir aufmachen sagen bescheid okay die baller nur draußen an der seite das loch hast du da reingemacht warum warum machst du doch da rein ohne witz winderte von zeit okay einer noch auf jörterns ebene die kommt einfach um die ecken zu dem loch zu so einem loch beide 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 eine an der eine an der türen durch beide kommen durch ihre eigene smoke wurde zum verhängnis was hat er so eins gemacht wollte er das ding kaputt hauen ich hätte ich auch ausgelacht ohne willst oben fenster habe ich glaube ich habe nur er hat auch welche nur er nur er so ein kleiner typ da mach mal oben oder da oben ja ja da oben wo ich markiert habe dann geht es nicht gut ist das ist es ist gut ist gut 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 Da ist ein Gegner übrig. Der ist doch auch drauf! Achso, ja wussten wir nicht. Was? Behind the car. Ich scanne ihn. Ey Junge, du aimst ja schlimmer als meine Oma. Er hat die Kamera, Kira. Da ist er! Er ist da! Er liegt nach. Ich hab die Drohne von ihm. Ey Junge, ich hab eine HP. Er kommt, er kommt. Er nimmt ab, er nimmt ab. Nicht pieken. Schade. Er hat durch das Metallding geschossen. Oh ja, durch das Metallschweiß. Hätte da oben eine Drohne, ich konnte dir sagen, er piekt. Ey, ihr seid einfach so bellt. Junge, du hast nichts in der Runde gemacht, du Opfer. Was hast du in der Runde gemacht? 2 Leute gekillt. 2 Leute gekillt. Du nichts. Keine Ahnung. Dann ist halt boosted wie immer halt. Ich raste gleich auf. Split ist 2 HP. Oh mein Gott ey. Das fängt ja schon an wie ein Kontersrike. Split ist 2 HP. Loil Dennis loil. Glass war draußen. Auf diesem Ding. Der war schon vorher. Der war draußen an diesem Ding. Wo ich immer sitze. Ja Junge. Dennis, der hat einfach einen Rückwärtssaal gemacht. Ich bin ein kleines, taubes Lüßchen. Lüßchen, ja. Lüßchen, ja. Ich bin ein kleines, taubes Lüßchen. Zwei sind in dem Raum. Äh. Ganz hinten ist. Wo Hauptschlafzimmer ist. Zwei waren im Raum, wo Hauptschlafzimmer ist. Zwei waren im Raum, wo Hauptschlafzimmer ist. Gute Arbeit. Die haben sich alle geflasht. Er kann noch voll geflasht sein. Da ist einer. Da ist einer drin. Fuck! Sorry, dude. Sorry, sorry, sorry. Junge. Mach deine Scheisse jetzt den VH an. Das ist auch nicht. Sorry, dude. Wtf. 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 Ich hab eigentlich so viele Länge überlegt, wenn ich den geholt habe. Und sorry Puss, für das ist der Beginn. Du sagst Booster zu ihm, aber du bist selber auch Booster, weil ich den Team hier gemacht habe. Ja übrigens, wenn der am Eingang steht. Naja, aber mit Flasher kann ich ja schonmal... Flash rein, noch nicht. Alter, nice, voll in die Flasher. Jetzt flash ich rein. Ja nochmal! Es ist aber ein Zimmer, ey. Oh fun, Flasher rein. Hurenlohn, Alter. Scheiße, Mann. Wieso flasht du nicht die ganze Zeit, du Wichser? Hast du aus Versehen? Du Behinderter Wichsbolzen. Was? Da steht einer direkt vor mir. Behinderter Wichsbolzen. Einer war an der Treppe. Scheiß Spassi, Alter. Einer war da. Wo noch ein Gegner übrig? Ich weiß, wo der ist. Ja, möchtest du uns das sagen? Ja, genau da drin. Ja, wo ist denn der? Wow. Warum? Ja. Alter, ich glaube, wir haben verloren. Einer war ein E-Simon. Und Jörg, dann schreit mich wieder an, ohne Grund, obwohl er sich alles richtig gewissen hat. Ohne Grund, du flasht mir dreimal in die Fresse, du Behinderter Wichsler. Ja, du verdienst, du verdienst eigentlich fünf Flashes, ja. Das erzähl mal, Jörg. Im Gegensatz zu der letzten Aufnahme war das... Jörg, dann du bist ziemlich toxic, finde ich. Du müsstest ein bisschen mal an deinem Mund weg arbeiten. Shotgun, Johnny, du hast nichts raus, außer Thomas. Ahahahahahahaha. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Der 12-jährige hat dir gegeben, Alter. Ja, was hat er gesagt? Du schaffst kein Johnny, du hast nichts drauf. Ohhhh. What the fuck, Alter. What the fuck. Ich bin nur Thailänderin. Ich würde jetzt alles machen, um diese eine Minute zurückzuspulen, Digga. Warum? Um noch das Aufnahmeprogramm zu starten. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.